Die NASA bringt die Menschheit mit dem SpaceX Starship dorthin, wo die Sonne niemals scheint. Okay, das klingt jetzt irgendwie falsch. In der Technik-Episode letzte Woche hatten wir uns angeschaut, warum die NASA den schattigen Südpol als das Ziel für Artemis ausgegeben hat. Heute schauen wir uns an, wie die Mondlandung von Artemis 3 mit dem Starship von SpaceX ablaufen soll und vor welchen Herausforderungen das Artemis-Programm vor seiner Mondlandung noch steht. Hier eine kleine Senkrechtstarter-Capcom-Mitteilung in eigener Sache. Ich muss Senkrechtstarter finanziell auf einen stabileren Starttisch stellen. Nehmt es mir daher bitte nicht krumm, wenn ich meine Videos in Zukunft öfter sponsern lasse. Das hilft mir langfristig mit Senkrechtstarter zu planen, die Qualität zu verbessern und euch weiterhin regelmäßig mit gutem Content zu versorgen. Vielen Dank für euer Verständnis. Wenn du keine Lust auf Werbung hast, für die YouTube-Kanal-Mitglieder und die Patreons lade ich ja alle Videos vorab und ohne Werbung hoch. Die NASA hat ja bekanntlich SpaceX mit der Lieferung des Landessystems beauftragt, dass dann die Artemis 3 Astronauten von der Orion in der Mondumlaufbahn hin zur Mondoberfläche und wieder zurück transportieren soll. Nach einer Reihe von Tests wird SpaceX mindestens eine unbemannte Demo-Mission mit dem Starship zum Mond fliegen, bei der Starship dann wirklich auf der Mondoberfläche landen soll. Wenn Starship dann alle Anforderungen der NASA und die hohen Standards für die Sicherheit der Besatzung erfüllt, dann wird es erst eine Artemis-Mission geben. Das SpaceX-Starship kann ja bekanntlich nicht direkt zum Mond fliegen, muss es aber auch gar nicht. Das Starship-Konzept sieht ja eine Betankung im niedrigen Erdorbit vor. Ein Konzept, das tatsächlich auch für Apollo zur Debatte stand. Auch für Artemis hatte man ein Konzept mit kleineren Raketen und einem Treibstoffdepot vorgesehen, das das SLS aber dann überflüssig gemacht hätte und der Legende nach durch die Lobbyarbeit von Boeing, dem Hauptauftragnehmer des SLS, verhindert wurde. Wenn das Starship dann tatsächlich für die Mondlandung verwendet wird, wird es dem Konzept doch noch zu einem späten Durchbruch verhelfen. So ein Treibstoffdepot im Orbit könnte die Art, wie wir Raumfahrt in Zukunft betreiben, komplett ändern. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Wir wollen ja erstmal zum Mond. Und tatsächlich kann ein vollgetanktes Starship im niedrigen Erdorbit vom Delta-V her gedacht mit 100 Tonnen Nutzlast zum Mond fliegen und dort landen. Wenn es die 100 Tonnen Nutzlast dann am Mond lässt, kann es auch sehr gut wieder in einen niedrigen Mondorbit zurückfliegen. Da sind natürlich noch vorher viele technische Probleme zu lösen, aber das Grundproblem der Raumfahrt, ja mit jedes Gramm bei der Entwicklung zählen, wird das Starship vermutlich so einfach nicht haben. Das war übrigens ein Auszug aus meinem Video über Delta-V oder Delta-V und die Reichweite des Starships und ob das Starship tatsächlich bis zum Saturn fliegen könnte. Wenn dich das Thema mehr interessiert, die passende Technik-Episode verlinke ich dir unter dem Video. Aber zurück zu Artemis 3. Vor der Artemis 3-Mission muss SpaceX dafür ein Treibstoffdepot in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen. Eine Reihe von wiederverwendbaren Starship-Tankschiffen werden dann Treibstoff zu diesem Depot transportieren. Das noch unbemannte HLS-Starship wird dann in die Erdumlaufbahn starten und ein Rendezvous mit dem Treibstoffdepot durchführen. Sind die Tanks dann gut gefüllt, wird es mittels Translunar-Injection in Richtung Mond geschossen. Wenn sowohl das HLS-Starship als auch das Orion-Raumschiff mit der Crew im geplanten Mondorbit angekommen sind, wird Orion an das Starship andocken. Sobald die Besatzung und ihre Vorräte bereit sind, werden zwei der vier Artemis 3-Astronauten dann an Bord von Starship gehen. Starship wird dann von Orion abdocken und sich ähnlich zu Apollo auf seinen Weg zum Mond machen. Das Starship wird einen niedrigen Mondorbit ansteuern, während Orion für die nächsten knapp sieben Tage weiter in seinem Halo-Orbit verbleibt. Durch ein weiteres Absenken seines Orbits wird das Starship seine Landung dann einleiten und dann senkrecht landen. Das ist ja der Signature-Move von SpaceX, das Landen von Raketen. Fun Fact, SpaceX hat mehr Orbitalraketen heil gelandet, als alle Raumfahrtnationen zusammen auf Mond, Mars und Asteroiden zusammengelandet sind. Nichtsdestotrotz geht die NASA auf eine Nummer sicher. In dem HLS-Vertrag der NASA mit SpaceX ist eine Demonstrations-Mondlandung ohne Menschen vereinbart. Also ähnlich zu Demo 1 des SpaceX Crew Dragon wird eine Mission ohne Menschen durchgeführt und erst nach der Analyse dieser Mission wird sich die NASA für eine Mondlandung entscheiden. Wie genau das Mondland des Starship aussehen wird, das wissen wir tatsächlich noch gar nicht so genau. Triebwerke und Solarpaneele weit oben im Frachtbereich sind immer wiederkehrende Features, die wir auf SpaceX-Randings sehen können. Ebenso wie die weiße Farbe im Gegensatz zur Edelstahl-Optik. Auch ein Hitzeschild oder Steuerklappen wird dieses Starship nicht brauchen. Ausgemacht scheinen zwei Aufzüge, die von zwei redundanten Luftschleusen bedient werden. Im Vergleich zu der doch eher kompakten Mondlandefähre aus Apollo-Zeit, wirkt das Starship auf dem Mond doch eher wie ein Tim und Struppi-Comic-Cover. Ich kann es kaum erwarten, wenn die NASA mit SpaceX die ersten Detaildesigns des Mond-Starships vorstellt. Ich erwarte hier eigentlich alles. Von einem Crew-Dragon-Style-Interieur bis zu einem super reduzierten Steampunk-Groß. Und Starship ist eigentlich alles denkbar. Also irgendwie, keine Ahnung, dass da vielleicht so ein Druckkörper wie so ein ISS-Modul vielleicht einfach im Frachtbereich eingehängt wird oder so. Also kann man ja komplett ausrasten. Was meinst du? Wie wird das Artemis 3 Starship aussehen? Schreib mir und den anderen doch gerne in den Kommentaren. Nach der Landung muss die Besatzung als erstes sicherstellen, dass alle Systeme für den Aufenthalt auf der Mondoberfläche bereit sind. Dann werden sich die Astronauten laut NASA ausruhen, essen und sich für den ersten vollen Tag der Expedition stärken. Auch wenn es immer wieder Kritiker gibt, die dem Artemis-Programm vorwerfen, es kopiere nur die Fähigkeiten von Apollo, muss man sagen, dass eigentlich jedes Detail von Artemis Apollo überbietet. So auch die Zeit auf der Mondoberfläche. Mit sechseinhalb Tagen ist Artemis 3 fast doppelt so lang auf der Mondoberfläche wie die längste Apollo-Mission. Apollo 17 war nur drei Tage und drei Stunden auf dem Mond und die Gesamtdauer der EVAs war nur knapp über 22 Stunden. Während ihres Aufenthalts auf dem Mond werden die Astronauten wissenschaftliche Arbeiten im Raumschiff durchführen und mehrere Mondspaziergänge durchführen. Auch wenn das Wort Spaziergang etwas untertreibt, was es bedeutet, auf unserem nächsten Himmelskörper zu laufen, wo potenziell alles einen Menschen töten kann. Dazu Funfact, ähnlich wie das Starship gibt es die neuen Artemis-Raumanzüge noch gar nicht. Zwar hat die NASA schon über 15 Jahre und mehrere Milliarden in die Entwicklung neuer Raumanzüge im XEMU-Programm gesteckt. Fertig entwickelt werden die Anzüge jedoch von Privatfirmen. Für die Artemis-Mondmissionen hat die NASA Action Space mit der Lieferung von Anzügen und Lebensversorgungssystemen beauftragt. Diese Anzüge werden den Astronauten größeren Bewegungsspielraum und mehr Flexibilität bieten, um mehr von der Landschaft zu erkunden als bei den früheren Apollo-Missionen. Dabei hatten die Astronauten übrigens im Apollo-Programm schnell herausgefunden, dass man mit seitlichen Hopsern schneller vorankommt, als wenn man versucht, in den steifen Mondanzügen zu laufen. Das bringt uns zum heutigen Sponsor. AG1 von Athletic Greens ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit 75 Inhaltsstoffen. Ja, bei mir hat sich ja gerade viel verändert im Leben. Vom Ironman-Finisher bin ich zum Schreibtischtäter mit Deadbot geworden. Und nachdem ich festgestellt habe, dass ich wegen den neuen Herausforderungen im Alltag immer öfter längere Sporteinheiten ausfallen lasse, mache ich jetzt kürzere Einheiten, aber dafür täglich. Tägliche Routine, das funktioniert viel besser für mich. So werde ich das jetzt auch mit AG1 machen. Einfach morgens nach dem Aufstehen easy ein Shaker AG1 und dann das Abenteuerleben starten. Ja, klar ist ausgewogene Ernährung das A und O, aber seien wir ehrlich, wer bekommt es schon in der Hektik des Alltags hin, täglich mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse zu essen. AG1 unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung und gibt mir den Vitamin-Kick am Morgen. Ich habe gerade erst angefangen AG1 zu konsumieren und bin sehr gespannt, ob es einen positiven Effekt auf mein Wohlbefinden und Training hat. Wenn du es auch ausprobieren magst, mit meinem Link bekommst du wie ich einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Travel Packs zu jeder ersten Abo-Bestellung. Ja, und zusätzlich als Neukunde die Aufbewahrungsdose und den Shaker zur Monatspackung dazu. Wenn es absolut nicht deins ist, gibt es eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und wenn du dich direkt für ein Abo entscheidest, kannst du jederzeit pausieren oder stoppen, sogar schon nach der ersten Bestellung. Während dieser Außeneinsätze, ja das ist doch das angemessenere Wort, werden die Astronauten Fotos und Videos aufnehmen, ja geologische Untersuchungen durchführen, Proben entnehmen und andere Daten sammeln und so vorher definierte wissenschaftliche Ziele verfolgen. Während die Fotos der Apollo-Mission alle etwas von Mittagbeleuchtung bei schwarzem Himmel haben, ja werden die Artemis 3-Fotos wegen des niedrigen Sonneneinstrahlungswinkels vermutlich extrem surreal aussehen und die ohnehin schon fremde Umgebung in ein sehr außerirdisches Licht tauchen. Oh man, wenn ich so drüber nachdenke, völlig verrückt. Auch wenn ich es in jedem Senkrechtstarter-Video wiederhole, so richtig realisiert habe ich das noch gar nicht. Unser ganz persönlicher Apollo-Moment, der steht bevor. Und das mit Sicherheit besser dokumentiert als alles, was wir von Apollo bisher kennen. Mit gestochen scharfen, super hoch aufgelösten Videoaufnahmen von der Landung und den EVAs und garantiert auch von dem Start dann wieder vom Mond, vielleicht etwas zeitversetzt oder mit wegen Freigabe verzügelter Veröffentlichung. Aber ich wette, audiovisuell wird Artemis eine ganz neue Ära einläuten. Allein das schon ein Grund zur Freude darüber, dass SpaceX mit im Boot ist. Die wissen nämlich sehr gut um die Kraft von Bildern. Bisher sind bis zu vier Weltraum-Spaziergänge auf der Mondoberfläche für Artemis 3 geplant. Einer der wichtigsten Aufgaben dabei natürlich die Entnahme von Wassereisproben. Ja, das Bild von einer Astronautin, die im Starship-Labor eine Kugel Eis in ihren Händen hält, ja, das wird mit Sicherheit ein Bild sein, was in die Geschichtsbücher eingeht. Wenn du diesen geschichtsträchtigen Moment gut vorbereitet erfahren möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Denn nur hier gibt es ja jede Woche die Neuigkeiten aus der Raumfahrt, in den News und mit den Technikepisoden Hintergrundwissen, wie diese spannende Technik eigentlich funktioniert. Nach Abschluss ihrer Mondexpedition werden die beiden Astronauten von der Oberfläche des Mondes abheben. Nach einer Reihe von Hohmann-Transfers werden sie zum Orion-Raumschiff im NRHO aufschließen und wie zu Apollo-Zeiten die Crew wieder vereinen. Nach dem Andocken des Starships an Orion wird die Besatzung bis zu fünf Tage weiter in der Umlaufbahn verbringen, um Proben zwischen den Fahrzeugen auszutauschen und sich auf die Heimreise vorzubereiten. Sobald der optimale Abflugpunkt erreicht wurde, werden sie das Orion-Raumschiff dann vom Starship abdocken und das European Service Modul wird dann seine Triebwerke zünden und das Orion-Raumschiff am Mond vorbeischleudern und es dann in Richtung Erde fallen lassen. Naja, und da sie sehr lange fallen, werden sie dabei ähnliche Geschwindigkeiten wie Artemis I erreichen, nämlich fast 40.000 Kilometer pro Stunde. Eine Besonderheit wird es bei der Art des Wiedereintritts geben. Es wird ein Skip-Wiedereintritt durchgeführt. Das heißt, Orion wird im ersten Anlauf in eine Höhe von etwa 60 Kilometern absinken und dann wieder auf etwa 90 Kilometer aufsteigen, ja, um dann den finalen Abstieg in die dichten Atmosphärenschichten zu beginnen. Das Manöver soll die thermische Belastung während des Wiedereintritts verringern und auch die G-Belastung, also die Bremsbeschleunigung des Raumfahrzeugs und seiner Insassen mit etwa 4G auf Größenordnung des Wiedereintritts aus dem Leo verringern. Weiterer Vorteil ist mehr Flexibilität bei der Wahl des Landeplatzes. Hintergrund, durch die Rotation der Orion-Kapsel mit den ACS-Steuerdüsen kann der Auftriebsschwerpunkt der Kapsel um den Gewichtsschwerpunkt verschoben werden. Naja, und so eine aktive Steuerung während des Wiedereintritts durchgeführt werden. Grob vereinfacht, je länger dann die Zeit für den Wiedereintritt ist, umso länger kann man diesen Mechanismus dann zum Steuern nutzen. Hitzeschilde, sehr heißes Thema. Mein Video dazu verlinke ich dir in der Beschreibung. Mit dem Skip-Entry wird Orion dann wieder in der Lage sein, seine Bergungszone genau zu treffen. Dort wird es nach dem Öffnen der Fallschirme butterweich im Pazifik landen und von der Navy aufgesammelt werden. Inwieweit man das sündhaft teure SLS in Zeiten, in denen kommerzielle Anbieter Fracht zum Mond bringen können, noch brauchen wird, das wird sich in Zukunft zeigen. Ich habe mich auch nicht gerade zurückgehalten mit Kritik am SLS und dem Artemis-Programm. Fakt ist, Orion und das SLS sind geflogen und haben ihre Tauglichkeit bewiesen. Ja, und vor allem hat das Artemis-Konstrukt der NASA es geschafft, die Politik parteiübergreifend für neue Explorationsziele zu begeistern. Und die Politik war es letztendlich ja, die das Geld dafür freigemacht hat. Egal wie günstig Raumfahrt heute ist und wie viel günstiger sie in Zukunft sein wird, durch das Artemis-Programm wagt die institutionelle Raumfahrt endlich mal wieder was. Die Richtung hat die NASA mit dem Artemis-Programm vorgegeben. Und die Dynamik, die die Menschheit dann hoffentlich zum Mars und auch mal darüber hinaus tragen wird, ja, die muss von den Menschen selbst kommen. Im ersten Teil habe ich den Witz gemacht, ja, wenn die Mehrheit der Europäer von Natur aus abenteuerlustig wäre, dann wären wir heute Amerikaner. Ein eher deutsches Problem ist das Kritisieren. Vielleicht sollten wir Raumfahrt-Fans uns da auch alle ein bisschen selbst an die NASA, äh, Nase fassen. Wie wollen wir den deutschen Sprachraum denn für Raumfahrt begeistern, wenn wir sie kritisch sehen? Was meinst du? Warum sollte die Menschheit zu den Sternen aufbrechen? Und wie kann man Menschen in einem Gespräch begegnen, die sagen, ja, wir sollten erst die Probleme auf der Erde lösen? Ja, schreib mir und den anderen doch gern unter dem Video. Butterweich und wohlfühlen, ja, ein ganz großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrecht-Staate durch ihre regelmäßigen Spendenmonetär unterstützen. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ja, und meine Interviews mit den Ingenieuren und Experten in voller Länge. Wenn auch du Senkrecht-Starter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder zum Senkrecht-Starter-Patreon. Aber ich freue mich natürlich auch über alle Superchats und Supers. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Vielen Dank geht auch an den heutigen Sponsor des Videos, Athletic Greens. Mondlandung, Artemis 3, Starship. Ich kann euch versprechen, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.